Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizensfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Marlouche Schronheim Märchen von den Gebrüdern Grimm Die Rose Et was mal eine arme Fruge, der hatte zwei Kinder. Das Jungeste musste alle Tage in ein Wald gehen und langen Holt. Als es nun mal ganz wie Zücken geht, kam so ein kleines Kind. Das war erst ganz wacker zu ihm und holp flittig Holt lesen und drog er auch bis für das Haus. Dann war es erst, ehe ein Augenschleckschen verging, verschwunden. Das Kind vertelte es seiner Mutter, der wohl es erwärst nicht gelöwen. Öppet letzt brachte es ein Raus mit und vertelte, das schöne Kind hätte ihm diese Raus gegeben und hätte ihm sagt, wenn der Raus öppelöd wäre, dann wolle es wiederkommen. Der Mutter stellte der Raus in das Wetter. Einen Morgen kam das Kind gar nicht und dem Bede. Der Mutter ging zu dem Bede hin und fand das Kind daude. Er lag erwerst ganz anmotig. Und der Raus warst den süchtigen Morgen erblööd. Ende von der Rose Ende von der Rose